Hey, da sind wir wieder bei Jan Mechanical und wir sind immer noch hier stehen geblieben bei diesen komischen Rätsel hier. Und ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Ich sehe auch kein wirkliches Schema hier drin. Also, es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier einfach nur ein bisschen rumzuprobieren. Und genau das werden wir auch machen, bis ich es irgendwann mal hingekriegt habe. Allerdings könnte ich auch versuchen, die ganzen Dinger da mal auszufüllen. Also mal alles in eine Farbe. Ja, das machen wir jetzt. Wir machen jetzt alles mal in eine Farbe, weil... Sonst weiß ich wirklich nicht... Sonst weiß ich wirklich nicht, wie das gehen soll. So, machen wir das gelb. Dann das hier blau. Ich check das nicht. Ich check da nichts. Wirklich rein gar nichts. 0,000000000. Oh, oh. Jetzt ist das gelbe an. Nein, zufällig. Okay. Damit können wir jetzt was anfangen. Damit können wir jetzt was anfangen. Okay, mir fehlt jetzt blau. Gut. Okay, ich bin wahrscheinlich nah dran. Aber irgendwie... Will es nicht so ganz. Okay, wenn ich jetzt wüsste, was ich da einschalten muss, damit das hier blau wird, dann wäre ich gelettet. Jetzt bin ich genauso weit wie davor. Wirklich checken tue ich es hier nicht gerade. Ich versuche einfach nur ein bisschen. Ich weiß nicht wirklich, was hier die Lösung ist. Nee, ich weiß es echt nicht. Wartet mal. Ich glaube, ich habe es. Die Fälder dürfen nicht als Nachbar was Blaues haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nee, doch wieder falsch. Weil jetzt ist hier rot und... Ah, Mann. Jetzt hätte ich fast gedacht, dass ich irgendwas habe. Ah, ja, 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 ja. Jetzt fällt nur noch rot. Jetzt fällt nur noch rot. Ich habe es fast. Ich habe es fast. Oh, Mann. Das Rätsel ist echt... hart. Och. Ich habe es fast. Ich habe es fast. Ich habe es fast. Und? Jetzt habe ich hier viel zu viel Not. Nee. Ich habe hier einen Blick. Und ich habe hier einen Blick. Und ich habe hier einen Blick. Gibt es doch nicht. Toll, jetzt ist es rot, jetzt ist es grün wieder weg. Mann! Wenn ich halt wenigstens checken würde, ja, wie das hier funktioniert. Ja! 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 Frag mich nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, aber ich habe es geschafft. Na, sieben Minuten. Keinen Schimmer hatte ich jetzt gerade. Keinen bloßen Schimmer hatte ich. Nichts. Ne, blassen Schimmer sagt man nicht. Bloßen. Gar nichts wusste ich. So, jetzt, was passiert jetzt? Aha. Muss ich jetzt machen? Hallo? Hä? Okay, jetzt bin ich wieder mal so weit, dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Und die Zeichnung hier hilft mir nicht wirklich. Ah, okay. Alles ausbalancieren, damit hier alles irgendwie Energie hat. Okay, dann lassen wir das hier. Das dann hier. Und das dann hier. Und das dann hier. Haben sie mit aller Energie? Nee, hier oben nicht. Okay, warte. Das ist ja auch riesig. So, jetzt habe ich es. Nee, ich hatte es fast. Okay. Okay, diese zwei haben wir. Das hier haben wir auch. Okay. Aber das hier reicht nicht ganz hier hoch. Okay, dann muss ich das hier noch ein bisschen. Nee, warte mal. Machen wir mit dem hier. Diese drei, weil das hier sind wir am größten. Okay, dann machen wir hier mit. Irgendwie geht sich das aber nicht aus. Okay. Ich weiß jetzt zwar, wie es geht, aber es mangelt da die Umsetzung. Ja, aber dann geht das hier bitte nicht. Vielleicht kann ich hier mit einem gleich zwei. Das wäre natürlich cool. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das geht so. Ich weiß nicht, ob das geht. Okay. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob das geht. Okay. Ok. Ja, aber eins fehlt. Eines fehlt, eines fehlt. Ich kann doch nicht alle machen hier, es geht nicht. Es geht nicht. Mann. Es geht nicht. Eins ist nie beleuchtet. Eines ist nie beleuchtet. Ja, was mache ich jetzt? Scheiße ist das, Scheiße, Scheiße. Gibt es vielleicht einen Weg, das Kleine hier zu vergrößern? Kann man das überhaupt vergrößern? Das ist die Frage. Vielleicht, wenn ich sie am Licht halte? Ja. 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 Sorry, dass ich auch gerade komplett leise bin und nichts sagen kann, aber ich weiß nicht, wie das hier gehen soll. Eines ist immer unbeleuchtet. Schafft das nicht, kriegt das nicht hin? Ne, ich schaffe das nicht. Noch mehr, du Ding, da. Jetzt kriege ich das nicht mehr, oder was? Doch. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Warte mal. Ah, Mann. Das geht mir auf den Sack. Ich hasse es, wenn ich irgendwas nicht hinkriege. Ah, guckt mal, mit diesen kann ich diese zwei hier beleuchten, oder? Ne. Das geht sich nicht aus. Doch jetzt. Gut. Dann ist es ja nicht mehr so schwer. Muss ich nur schauen, dass ich diese zwei hier irgendwie hinbekomme. Ne, jetzt ist das schon wieder draußen. Ah, Mann. Gibt's doch nicht, das geht gar nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Ne, das geht nicht. Es fehlt ein Ding. Ah, wisst du was, ich lasse es jetzt hier. Ich muss... Wenn ich hier rauf fliege, dann bringt es ja auch nichts. Habe ich hier eine Kugel vielleicht vergessen? Nein, ich habe ja alle vier Kugeln. Hm. Vielleicht ist irgendwo eine hingeflogen, wo ich sie nicht finden kann. Vielleicht ist es irgendwo anders. Warte mal. Ah, jetzt kann ich ja hier durch. War ich da schon mal. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Ne, war ich noch nicht. Ey, neues Rätsel. Ach du Scheiße, ist denn das wieder Scheiter. Gut, wir machen das im nächsten Part. Also, bis dann. Tschüss. positives auf ist das Gerry gibt es. Gut, sta hier auch noch, Gut aside, sat wo shrinking, genauוב lässt mich 호foe, und sowohl mich.